Willkommen zu Mithin 2 Shorts, wo ich versuchen werde, euch unter einer Minute etwas im Mithin 2 zu erklären. Heute geht es darum, warum gerade am Anfang der Damage so wichtig ist und wie es sein kann, dass jemand, der nur ein bisschen mehr Damage am Mithin macht, doppelt so schnell ist wie er. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie das sein kann mit ein bisschen mehr Damage doppelt so schnell sein. Ich zeig's euch. Bam! Mithins und Bosse haben eine Regeneration, deswegen muss man in Intervallen rechnen. Kleines fiktives Beispiel und zwar nehmen wir an, alle 5 Sekunden regeneriert der Mithin Stein 9000 Damage. Du machst in 5 Sekunden allerdings 10.000 Damage, das heißt du machst effektiv 1k Damage alle 5 Sekunden am Mithin. Wenn du jetzt allerdings dein Damage erhöhst und nur 1k Damage mehr in 5 Sekunden machst, machst du doppelten effektiven Schaden am Mithin Stein. Mit steigenden Damage Zahlen ist dieser Effekt sehr viel irrelevanter, aber am Anfang wirklich sehr wichtig.